Das ist so ein schönes Tässchen. Ich gehe so gern rauf zum Denkmal. Der schöne Blick auf die Weser, die vielen Menschen, der Friedrich und ich zusammen... Naja. Wenn ich denn mal Zeit habe. Die habe ich eigentlich nie. Meine Herrschaft, also die Hattenhauers, die hält mich ganz schön auf Trab. Henni, mach mal hier, Henni, mach mal da. Die kommen sich ganz schön vor. Die Herrschaften sind auch ganz die alte Zeit. Die Geschichte, wie der alte Herr Hattenhauer den Kaiser bei uns in Minden empfing, als Komitee direkt vor unserem Haus. Pfff, die habe ich allein schon mindestens 200 Mal gehört. Ja. Dabei ist es ja jetzt aus mit dem Kaiser Getur. Und der ist nach Holland. Hat sich aus dem Staub gemacht. Der feine Herr Kaiser. Der Wilhelm, also der Zweite. Nicht der Alte vom Denkmal, das war ja der Erste. Also der Erste Wilhelm. Und der war ja der Großvater von unserem Wilhelm, also vom Zweiten Wilhelm. Na und der hat uns ja in die ganze Schose mit dem Krieg gegen alles und jeden reingezogen. Und Hurra haben sie geschrien und dass wir die Größten sind auf der Welt. Und dann, bumm, alles aus. Ja. Das war vor drei Jahren. Also vom 14er bis zum 18er Jahr. Der große Krieg. Ja, und jetzt ist er abgezischt. In seine feine Villa. Und mein Friedrich, der ist nicht wiedergekommen. Der ist geblieben. Also tot geblieben ist er im Krieg. Ob man dem Friedrich wohl auch so ein schönes Denkmal setzt? Orden haben sie geschickt. Für den toten Friedrich. Für Kaiser und Vaterland ist er gefallen. So ein Unfug. So ein Unrecht. Aber damit ist es ja jetzt vorbei. Jetzt sind andere am Drücker. Keine Kaisers und Offiziere mehr. Nee. Jetzt kommt was Neues. Wir haben ja jetzt eine Demokratie. Und ich ich bin für die Roten. Die werden schon dafür sorgen, dass wir kleinen Leute bald die Denkmäler bekommen. Und keine Herrschaft uns mehr rumkommandiert. Und kein Krieg mehr mit Deutschland. Nie wieder. Gut wird es sein. Werdet schon sehen. Aber das Denkmal soll wohl bleiben. Das schmückt ja ungemein. Und der Alte da oben, der tut ja keinem mehr weh. Tässchen. Friedrich. Darunter. Beru. Die. 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 Untertitelung des ZDF, 2020